Ja, herzlichen Glückwunsch. Aufstieg zur Bezirksliga. Heute den Tabellenzweiten, sag ich mal, schöner Haus geschickt, ne? 5-0. Ja, hochverdient. Hochverdient, aber Birkestorf hatte auch die Luft nicht mehr, sag ich mal. Ja, aber gut, da muss man sich auch erstmal erkämpfen, ne? Richtig. Die 12 Punkte Vorsprung haben wir uns bitter erarbeitet und ja, am Ende war Birkestorf, wie Sie schon sagten, die Luft raus, aber wir haben das auch dazu kommen lassen, ne? Ja, die Wege gehen jetzt Richtung Bezirksliga. Gehen wir nochmal zum Spiel heute. 3-0 zur Halbzeit. Da braucht man als Trainer gar nichts mehr zu tun für die Mannschaft, ne? Boah, Sie wissen ja, wie es ist. Im Fußball kann ja so viel passieren und wir sind hier zu Hause, haben wir jetzt in den letzten Spielen nicht so überzeugt, obwohl wir auch alle Spiele gewonnen haben. Und wenn dann schnelles Tor nach der Halbzeit, sag ich mal, kommt, dann senkt man vielleicht nochmal nach. Aber so, wir haben direkt das 4-0 gemacht und da war natürlich die Sache gegessen. Da hat man auch gesehen, die haben ja auch die Köpfe hängen lassen. Ich glaube, erste Halbzeit haben die schon untereinander angemeckert und Koliaris ist dann raus zur Halbzeit. Ja, richtig, genau. Kein Problem. Die letzten Spiele, die Spiele, plant man schon jetzt ab morgen für die Bezirksliga? Wir haben die ganze Rückrunde schon für die Bezirksliga geplant. Ich meine, da waren wir selbstbewusst genug für. Jetzt haben wir die vier Spiele noch vor uns. Das ist natürlich sehr schön auch für die Spieler, die nicht so viel Spielzeit bekommen haben. Die können natürlich jetzt auch schon mal über 90 Minuten durchspielen. Wir wollen schon probieren, dass wir umgeschlagen oder fast jedes Spiel gewinnen wollen wir in der Rückrunde. Und dann haben wir, ich glaube, wir haben auch die letzten zwei in der Hinrunde schon nicht gewonnen. Und das ist natürlich dann eine sehr, sehr schöne Serie. Sven Nowak, die 33, geht als Trainer in der Eschweiler, haben wir schon Ersatz. Ja, wir haben schon drei, vier neue, aber da ist ja jetzt noch nicht so, dass wir das vermelden wollen oder vermelden wollen. Ja, gut. Kommen die aus der Region oder kommen die mehr aus der Aachenecke? Die kommen aus der Aachenecke alle. Ja, ich bin ja eben ein Kind aus dem Aachener Raum und die meisten auch hier, die bei uns spielen. Deswegen wollen wir auch gerne in die Bezirksliga vier. Da wäre natürlich für uns schöner. Auch fürs Portemonnaie. Die Reisekosten sind ja in der Dreier schon enorm. Sven Nowak müssen wir uns natürlich bedanken. Hat uns mit zum Aufstieg geschossen. Ist natürlich immer noch ein stets torgefährlicher Mann. Aber gut, wenn man natürlich irgendwo Trainer werden kann mit 38, dann auch schon. Ich denke, das sollte man ihm zugestehen und wir können damit auch gut leben, glaube ich. Vielen Dank.